Es ist euer verdammter Job, uns Grenzen zu setzen. Auch wenn wir euch dafür ankacken, ist ein Zitat von Teenagern. Und ihnen geht es dabei um Gewalt und Sex unter Jugendlichen. Auch im Internet. Ich meine, okay. Kommt ein Kind mit einem Pfeilchen nach Hause, weißt du genau, das war eine fremde Faust und an dieser Faust hängt ein realer Mensch dran. Das ist scheiße, aber du weißt, was du tun musst. Die Faust, die aus dem Internet kommt, macht keine blauen Flecken, aber die Wirkung ist oft schlimmer und du weißt nicht, was du tun musst. Wir Erwachsene sind oftmals überfordert und sehen auch nicht mehr durch. Sind das jetzt Fake News oder ist die Erde inzwischen wirklich wieder eine Scheibe? Aber wir haben mehr Alltagsprobleme als Zeit für diesen Unsinn. Unsere Kids aber, die haben wahnsinnig viel Zeit für Unsinn und auch welche zu machen. Ich meine, wissen die auch, sind Teenager. Aber dennoch, selbst wenn sie uns vorwerfen, spießig zu sein und keine Ahnung zu haben, vertrauen sie trotzdem darauf, dass wir sie davor beschützen, missbraucht zu werden. In ihren Augen spießig zu sein, das können wir nicht ändern. Aber keine Ahnung zu haben, das müssen wir ändern. Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen. Ich bin gefordert, bevor mein Kind von der Faust getroffen wird. Und du? Sexuelle Gewalt unter Jugendliche Helm Sexuelle Gewalt unter Jugendliche Helmut Sex Fourth Sexuelle Gewalt zu leben Sexuelle Gewalt Vielen Dank.